Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist es eher so ein bisschen mülllastig, denn ihr liebt die Videos. Ich mag sie auch total gerne, weil ich euch so sagen kann, welche Produkte sich wirklich lohnen und von welchen ihr lieber die Finger lassen solltet. Ich freue mich, dass ihr heute zu einer neuen Runde Aufgebraucht eingeschaltet habt. Tatsache habe ich diesmal wirklich sehr, sehr lange gesammelt, weil wir einfach ja vor ein paar Monaten erst umgezogen sind und ich hier erstmal so eine neue Routine finden wollte und vor allen Dingen den Platz. Deswegen habe ich hier eine komplette Kiste voll mit Müll für euch und wir werden jetzt eins nach dem anderen durchgehen. Wir haben Make-up, wir haben Pflege, wir haben Haushalt, Tatsache auch so ein bisschen, weil das viele von euch interessiert hat und wir haben ein paar eklige Sachen. Also bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir starten einfach. Ich habe da keinen, ich habe da nicht so einen Rhythmus drin. Ich greife einfach rein und sage euch, was das ist. Wir haben das hier. Das ist Plexcare. Ich habe das damals bei, entweder bei Rossmann oder bei Action, ich glaube bei Action gekauft. Das soll ein Dupe zu Olaplex sein. Woran ich mich erinnere, ja, es riecht so ein bisschen nach, es riecht nicht schön und ich weiß nicht was, aber ich hatte das Gefühl, dass meine Haare danach sehr, 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 sehr trocken waren. Und vielleicht liegt es daran, dass man wirklich alle Produkte braucht, dass sie aufeinander aufbauen. Da seid ihr wahrscheinlich die Profis mit Olaplex oder Plexcare. Alleine war es okay. Ich muss dazu sagen, meine Haare, ich wasche ihn mir. Ich habe da nicht so ein großes Haarwaschregimen. Außer die Produkte von Whey, die mag ich tatsache ganz gerne. Die sind aber teuer und ich suche gerade Tubes. Das war okay. Ich werde vielleicht nochmal, wenn ihr sagt, du brauchst unbedingt die komplette Reihe, dann werde ich das nochmal probieren. Denn ansonsten war es in Ordnung. Aber, also wenn das Olaplex ist, würde ich sagen, nein. Genauso wie das hier. Das ist das Head & Shoulders Derma X Pro Kopfhautpflege. Beruhigend bei trockener und juckender Kopfhaut. Ich bin eigentlich ein großer Fan von Head & Shoulders. Das war recht neu. Und das habe ich recht schnell durchgebraucht, weil ich seitdem ich krank war, extrem Probleme mit meinem Kopf habe, mit Haaren und mit der Kopfhaut. Und ich dachte, dass das ganz gut hilft. Hat es irgendwie nicht. Ich weiß aber nicht, ob das, was ich gerade durchmache mit meinen Haaren, dafür vielleicht zu viel ist. Ansonsten mochte ich den Geruch sehr gerne. Wobei ich da aber auch vermutlich langfristig eher wieder zu dem klassischen Apfel von Head & Shoulders gehen würde. Das sind gute Produkte. Ich habe gehört, dass die Inhaltsstoffe da nicht so gut sein sollen. Kann man machen. Ein Make-up oder ein Los-Puder ist fast leer. Hier ist kaum noch was drin. Das ist das Huda Beauty Cherry Blossom Cake Easy Bake Loose Baking & Setting Powder. Es gibt kein besseres Puder auf dem Markt. Kein besseres Puder als dieses. Hands down. Und vor allen Dingen in dieser Farbe. Allerdings ist das gerade ausverkauft. Und ich suche und suche und suche und suche und ich finde es nicht in dieser Farbe. Es gibt es in allen anderen Farben. Auch das mag ich ganz gerne. Aber dieses Rosane ist gerade bei meinen Augenringen so phänomenal gut, dass es für mich kein besseres Puder gibt. Und ich auch wirklich aufgegeben habe, andere Puder zu benutzen. Und ich greife gerade, weil ich so verzweifelt bin und nicht mal mehr meins habe mit Riva Loves Me. Hier zum Coty Airs Bandos Powder. Du riechst, als wärst du 740 Jahre alt. Beziehungsweise 90, weil es ist von 1935. Es ist ein gutes Puder. Es ist mittlerweile für mich aber ein bisschen zu trocken gewesen. Und das ist das hier von Huda Beauty definitiv nicht. Ein Weichspüler habe ich leer gemacht, aber auch schon vor einer Weile. Seitdem Danny und ich zusammen wohnen und wir die Wäsche gemeinsam waschen benutzen, wir keinen Weichspüler mehr, weil Danny recht allergisch auf Weichspüler reagiert. Deswegen ist das der alte. Das ist ein ganz, ganz toller. Ich liebe den Duft von Weichspüler. Schüss Mikroplastik ist hier jetzt auch nicht mehr drin. Kuschelweich. Ich glaube, das war der blaue. Top. Top. Dazu muss ich tatsächlich gar nicht so viel sagen. Das ist das Darf Man Plus Care Deo. Das ist das einzige Deo, was ich benutze. Wobei, hier müsste gleich noch eins kommen, was das eventuell ablösen könnte. Das ist einfach ein Spray Deo. 48 Stunden Schutz. Ein Viertel Pflegecreme. Ich nehme es einfach nur, weil es wirklich... Also, wenn ich schwitze, ich stinke nicht. Aber hier schwitze ich nicht mal. Und das ist ein ganz, 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 ganz tolles Produkt. Ich liebe den Duft. Und wenn da, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, jemals eine Duftkerze rausbringen würde, ich wäre der beste Kunde. Weil ich diesen Duft einfach... Ihr merkt das, ne? Ich bin so ein Duftmensch. Wir haben ein Setting Spray. Und das ist das von Milani. Das habe ich sehr schnell aufgebraucht. Das ist das Make at Last Original Natural Finish Setting Spray. 16 Stunden Halt. Ich... Ich würde jetzt nicht sagen, dass es 16 Stunden hält, was es aber macht. Und da gibt es nur eins, was auch leer ist. Und die habe ich wirklich wochenlang gegeneinander antreten lassen. Dass das Make-up danach aussieht, als hättest du es nicht mit Puder fixiert. Also es sieht wieder sehr, sehr frisch aus. Aber es ist nicht so trocken. Und es ist vor allen Dingen nicht so ölig. Und die Haut sieht so toll aus. Das würde ich mir wieder kaufen. Ich habe hier aber noch ein anderes. Das ist das Airbrush Flawless Setting Spray von Charlotte Tilbury. Das ist das beste Setting Spray aus dem High-End-Bereich. Für mich, finde ich, ich habe auch wirklich schon viele Setting Sprays benutzt. Ich hatte vor zwei Jahren, glaube ich, mal ein Video geplant. Habe es aber nie gemacht, wo ich euch alle Setting Sprays in der Drogerie und im High-End-Bereich zeige und die Pros und Cons zeige. Beste Setting Sprays im High-End-Bereich. 1 zu 1 Tube aus dem Drogerie-Bereich. Milani Make It Last. Ein bisschen Haushalt habe ich hier auch noch. Da ist noch so ein ganz kleiner Rest mit drin. Den habe ich aber irgendwann nicht mehr rausgekriegt. Das ist von Alio. Ich habe keine Ahnung, welche Alio-Marke das ist. Ich glaube, es war Netto oder Penny, die Eigenmarke. Ja, Handgeschirmmittel, Balsam, Vanille, entfernt Fett, strahlender Glanz, sauberes Geschirr, sanfter Duft. Ich glaube, es hat ganz gut sauber gemacht. Ich habe das meistens nur benutzt, um vorzuspülen, wenn etwas so richtig eingebrannt war. Und dann habe ich es in die Spülmaschine gemacht. Aber dieser Duft von Vanille in einem Spülmittel habe ich noch nie gesehen. Deswegen war auch der einzige Grund, warum ich es mitgenommen habe. Aber ich habe gerochen und dachte mir, ja, Du bist mein Spülmittel. Ich habe es jetzt oben auch noch den Rest abgefüllt. Ich mag das immer nicht, wenn das so rumsteht. Ich fülle, ich zeige euch demnächst mal bei Instagram vielleicht, dass ich im Moment tatsächlich einfach alles umfülle. In der Dusche, im Bad, in der Küche, alles in einheitliche Behälter. Und dann schreibe ich mir das da auf, beziehungsweise klebe mir da so einen Sticker drauf mit Spülmittel. Vom Duft her okay. Von der Reinigungskraft kann ich euch der Tatsache wirklich, wirklich nicht viel sagen. Puh, Pumelo und Co. Peach Paradise Conditioner. Coconut und Birkenblatt. Riecht gut. Ist ein sehr, 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 sehr gutes Produkt. Muss ich sagen. Aber ich hatte die mal zugeschickt bekommen, weil sie mich gefragt haben, ob ich mit Pumelo und Co. zusammenarbeiten möchte. Und ich habe wirklich viele Sachen gehört, dass es wirklich gut sein soll, die Sachen. Aber rückblickend denke ich mir, vielleicht ist es einfach ein bisschen zu teuer. Und mir ist die Menge an Rabattcodes und die Menge an Content, die ich dann machen soll, erfahrungsgemäß, wie Banana Beauty beispielsweise, wo dann einmal die Woche mindestens eine Story und dies und das und jenes, das ist mir dann zu viel. Und ich will euch auch nicht mit Werbung irgendwie überhäufen, auf Instagram vor allen Dingen. Da ist ja eher so real life. Deswegen habe ich das aufgebraucht. Habe auch gesagt, dass die Produkte sehr, sehr gut sind. Aber dass es eine Zusammenarbeit einfach aktuell nicht möglich ist. Wenn ihr einen Rabattcode haben sollen wolltet, es gibt Webseiten, da findet ihr welche. Ansonsten war es wirklich, wirklich gut. Ein Duschgel habe ich lange gemacht und das war das Isana Pink Peach Creme Dusche. Dazu kann man tatsache gar nicht so viel sagen. Es roch sehr, sehr gut, aber jetzt nicht mehr. Es roch mal gut und dazu kann man tatsache nicht so viel sagen, weil es einfach ein Duschgel ist. Was mich so ein bisschen hier an den Isana und Balea Duschgel, diese Flögel, ich glaube mittlerweile kosten die auch schon 70 Cent oder so, ein bisschen stört, ist, dass die Düfte sehr, sehr süß sind. Ich würde mir wünschen, dass sie vielleicht ein bisschen herber sind. Ich würde nicht unbedingt sagen, maskulin, so Sandelhülse und Muschels und so. Das muss nicht so viel sein, aber ein bisschen herber. Seid ihr bereit? Kleine Trigger-Warnung. Wer das Thema Füße nicht hören kann, der spult jetzt einen kleinen Moment vor mir. Exfoliating Socks, Footsteps. Habe ich bei Action gekauft vor bestimmt zwei Jahren. Und ich habe mich immer geweigert, das zu machen, weil ich das so eklig fand. Das klang so eklig und ich dachte mir, nee, dann kannst du zwei Wochen lang nicht durch die Gegend gehen. Und ja, ich habe es dann irgendwann gemacht, als ich Corona hatte und ich eh hier unten war und weder meinen Verlobten noch irgendjemanden gesehen habe. Freunde, also ja, es hat funktioniert, aber es hat auch nicht wehgetan. Nein, nein, nein. Geht lieber zur Fußpflege oder lasst es lieber. Weil, also ich habe bestimmt zwei Wochen lang Füße gehabt, als wäre ich in Hexler gekommen. Möchte ich nie wieder machen. Aber es hat funktioniert und jetzt sind die Füße ganz weich. Aber alleine, dass es so lange gedauert hat, bis sich das alles gelöst hat und das sah einfach nicht schön aus. Und du darfst dir die Füße auch nicht eincremen in der Zeit, ne? Also zwei Wochen Füße lang nicht eincremen, während die Haut so trocken ist und so spannend. M-m-m, m-m, m-m. No way. Gesichtsreinigung, Fenty Beauty Total Cleanser. Habe ich euch schon zehnmal gezeigt, mindestens in Aufgebraucht-Videos. Das ist der einzige Reinigungsschaum, den ich eigentlich benutze. Ich habe ihn mir letztes Jahr im Angebot bei Sephora gekauft, hatte dann noch 10% Favorite Brand und 30% hier. Und habe mir dann, glaube ich, fünf oder sechs Stück davon gekauft, weil sie einfach für mich am besten funktionieren. Ich habe gerade im Gebrauch in der Dusche, wenn ich mich abschminke, den von Skin by Kim. Ist okay, ist halt einfach nur schweineteuer. Der ist auch teuer. Das Phänomenale daran ist aber, hier sind 145 Milliliter mit drin und ich komme mit einer Flasche locker, locker fünf Monate aus. Vielleicht sogar sechs. Und ich schminke mich mehrmals am Tag ab. Du brauchst wirklich nur eine ganz, ganz kleine Erbsengröße und du kannst dein komplettes Make-up damit entfernen. Ich nehme mein Microfiber Multitool, verlinke ich euch einmal unten, nehme ein bisschen Wasser mit, mache das weg. Und dann mache ich mir eine Erbsengröße, vielleicht ein bisschen mehr in die Hand, schäume das auf ins Gesicht und es ist alles weg, ohne dass die Haut sich trocken anfühlt. Das ist wirklich das einzige Produkt, was ich aktuell nutze zum Abschminken. Und wir haben hier das andere Deo, was ich euch zeigen wollte. Das ist das Garnier. Da, Garnier Mineral mit Magnesium Ultra Dry. Das war überraschend gut. Ich hatte das hier gekauft, als wir schon hier gewohnt haben. Das war so Ende Juni, Mitte Juli. Ich habe das dann auch gebraucht. Erstmal der Geruch. Toll. Ich mochte diesen Geruch sehr, sehr gerne. Das Einzige, was ich bei diesem Roll-on-Deos nicht mag, ist, für mich ist es nicht so hygienisch in meinem Kopf. Auf der anderen Seite, ich war aber gerade in der Dusche, also es ist alles sauber. Und ich mag dieses nasse Gefühl darunter nicht. Und das war auch im Moment nass. Aber wenn man was sehr, sehr Luftiges trägt oder vielleicht sogar ärmelfrei, dann ist es in Ordnung. Und ich würde es mir tatsächlich auch nächstes Jahr im Sommer wieder kaufen. Kommen wir ein bisschen zum Haushalt. Und da habe ich hier Ajax. Ajax Fett de Fleur mit ätherischen Ölen, Lavendel und Magnolia. Reinigungsleistung gut. Duft too much. Ich hatte, wir hatten neulich recht spontan Besuch bekommen. Wir wussten, okay, morgen früh kommt jemand und besucht uns. Und ich hatte abends noch gewischt. Und das ist so intensiv, dieser Duft, dass es fast schon nicht auszuhalten ist. Ich liebe den Ajax-Duft. Denn die muss immer ausziehen für zwei Wochen, wenn ich putzen möchte und den Boden wischen will. Weil es einfach, es ist zu viel. Ansonsten ist gut. Wenn wir hier gerade dabei sind, tut mir und der Umwelt und euch einen Gefallen. Und wenn ihr so ein Produkt habt oder wie das Duschgel. Und es möglich ist, das auseinander zu trennen. Bei vielen Produkten steht es mittlerweile auch schon drauf. Nehmt die Kunststoffprodukte in die einzelnen Bestandteile. Einmal das Papier ab. Dann nehmt ihr gerne noch die Kappe ab. Das mache ich gleich, wenn ich eine Mülltüte habe. Und dann habt ihr drei einzelne Komponenten. Ich habe es schon mal gesagt, aber es sind ja auch mittlerweile viele neu in die Community gekommen. In dem Moment, wo ihr das nicht macht, landet das so auf der Müllkippe. Und es kann nicht recycelt werden. Gar nicht. Weil da stellt sich niemand hin und packt zwei Millionen Ajax-Flaschen auseinander. Dann wird es einfach verbrannt. Es ist leider so. In dem Moment, wo ihr das trennt, durchsichtiges Plastik kann sehr, sehr gut recycelt werden. Buntes Plastik, einfarbiges buntes Plastik kann sehr gut recycelt werden. Nehmt es auseinander. Und so ist die Chance wesentlich höher, dass es recycelt wird. Der Froschglasreiniger Spiritus war okay. Ich habe tatsache aber einen anderen neuen Favoriten. Vielleicht mache ich euch, wenn ihr wollt, nochmal so ein Haushaltsfavoriten-Video. Da habe ich jetzt sehr viel Erfahrung mittlerweile. Und schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Das ist okay gewesen. Aber ich mag eher den von Sedolin. Den streifenfrei oder Glasreiniger streifenfrei. Irgendwie so. Der ist okay. Ansonsten bin ich pro Frosch bei allen anderen Putzmitteln. Außer beim Glasreiniger. Und auch hier. Bitte schraubt den Deckel ab. Auch dann kann es wieder recycelt werden. Ein Shampoo von Isana, das Koffein-Shampoo, aktiviert die Haarwurzeln, beschleunigt das Haarwachstum. Bin ich ehrlich, habe ich jetzt nicht so gemerkt. Ich nehme... Ihr kennt meinen Kopf. Fakten auf den Tisch. Ich bin ein Mann. Ende 20. Südländer. Was passiert da meistens? Genau. Irgendwann werden die Haare ein bisschen weniger. Und jetzt seitdem ich krank war, ist es tatsächlich wesentlich weniger geworden. Und ich dachte, das hilft. Weiß ich jetzt nicht. Ich habe jetzt andere Sachen, die ich nehme, die ich vom Arzt bekommen habe. Mal gucken, ob es was funktioniert. Ansonsten. Istanbul. Here we go. Alright. Wir haben noch ein Froschprodukt. Und das ist der Himbech-Essig-WC-Reiniger. Super. Also, da bin ich ehrlich. Mittlerweile setze ich mich natürlich... Ich gehe da total auf. In meinem Hausmann- und Vaterrolle. Liebe ich. Mittlerweile habe ich einfach nochmal ein anderes Empfinden für die Umwelt, glaube ich, auch bekommen. Und auch für welche Putzmittel sind gut und welche sind nicht so gut. Die Frosch-Dinger. Ich weiß, kann sein, dass es auch ein bisschen Greenwashing ist. Das weiß ich aber nicht. Sie reinigen sehr, sehr gut. Und was mich davon am meisten Tatsache überzeugt, sind die Düfte, ohne dass mir die Nase abfällt. Wir haben jetzt hier eine Dusche und die muss man halt natürlich immer abziehen. Das ist anders, als wenn du in einer Badewanne duscht. Da ist so eine Silikonfuge. Und da setze ich natürlich ab und zu. Dann wird es dann ein bisschen dunkler. Und dann gehst du da mit Schimmelstopp oder mit dann Chlorex oder so ran. Einfach, dass es wirklich sauber ist und da sich kein Schimmel bildet. Und wenn ich das mache, ich kann bestimmt für vier Stunden nicht mehr hier nach unten. Weil dieser ätzende, beißende Geruch, das kann nicht gesund sein. Und dann nehme ich lieber das, schrubb zwei Minuten länger und ich habe, meine Nase ist noch dran, mein Kopf ist auch noch da. Ist in Ordnung. Frosch-Dachen sind immer ein bisschen teurer. Deswegen empfehle ich euch, die bei Rossmann zu kaufen mit den 10% Apps. Dann kann man da immer noch mal so ein bisschen sparen. Dann ist es okay. Kommen wir zur Pflege. Und auch da habe ich noch einige Sachen hier für euch. Und zwar ist das die Holy Hydration Creme von ELF. Die habe ich tatsache sehr, sehr lange benutzt. Die war nämlich immer in meiner Waschtasche, wenn ich im Urlaub war. Da haben wir hier noch einige Produkte. Wann war ich das letzte Mal im Urlaub? Letztes Jahr im Oktober. Drei Tage auf dem Schiff mit Danny. Da hatte ich die mit. Und ich habe festgestellt, dass das ein sehr, sehr gutes Dupe von AirTex. Ich wurde neulich gefragt, ob ich ein Dupe zum Holy Grails Primer von mir und Rivalasmi habe. Könnte gut vom Finish her auf jeden Fall. Ich würde die alle drei nebeneinander stellen. Magic Cream Channel Tilbury. Die ist noch ein bisschen fester. Die ist etwas flüssiger in der Mitte. Und rechts davon vielleicht ein Holy Grails Primer. Sehr, sehr gut. Ich liebe den Duft. Sehr zart. Die ganze ELF Holy Hydration Reihe hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe einige Sachen weitergegeben. Aber die habe ich komplett aufgebraucht. Auch dieses Schätzchen war bei mir in der Waschtasche. Das war, ich glaube, aus dem letzten oder vorletzten Jahr sogar noch im Adventskalender die Retinol Creme. Ich habe sie ja mittlerweile auch in Full Size und das benutze ich auch regelmäßig ab jetzt, ab Oktober. Ich mache das immer so wie mit den Autoreifen. Von Oktober bis Ostern, um Gottes Willen, benutze ich Retinol. Auch nicht jeden Tag, jeden zweiten, jeden dritten Tag, weil einfach da die UV-Belastung auch noch weniger ist als im Sommer natürlich. Trotzdem, Lichtschutzfaktor keine Frage. Aber die Asam Retinol Reihe ist für mich die anwenderfreundlichste. Denn sie ist nicht so krass, dass du, wenn du mal zwei Tage hintereinander das benutzt hast, finde ich zumindest, fällt dir nicht gleich dein ganzes Gesicht ab, wie die von No Cosmetics. Also wo wirklich hart, hart, hart ist. Hier ist natürlich auch noch ein bisschen andere Pflege mit drin. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und auch die Kombination aus der Holy Hydration und der Retinol Creme sehr, sehr gut. Was ich jetzt aktuell mache, ist Retinol Sandwich. Feuchtigkeit, ich nehme meistens ein Hyaluronsäureserum, Retinol Feuchtigkeitscreme. Und das weiß ich nicht was, aber ich habe das Gefühl, dass meine Hauttextur sehr, sehr gut geworden ist seitdem. Apropos Istanbul. L'Oreal Treuegröße kaschiert die Ansätze in drei Sekunden. Guess what? Auch die Ansätze könnten langsam mal kaschiert werden, an den Seiten zumindest. Aber ich benutze es tatsache einfach, dass hier, ähm, es ist, wow, es bricht mir fast das Herz. Aber mein Gott, das gehört halt dazu und ich bin ja jetzt auch keine 16 mehr. Damit kaschiere ich einfach meinen Ansatz. Aber nicht den Ansatz der Farbe, sondern den Ansatz des lichtwerdenden Haars. Oh, Istanbul, ich rufe dich an morgen. Oh, mein Gott. Wir haben auch hier noch ein Haarspray. Auch das ist das einzige Haarspray, was ich benutze. Das ist das Gatubi Sprühkleber. Ich bin tatsache nicht mehr so ein krasser Gatubi-Freund wie früher. Ich hatte mir neulich ein neues Produkt gekauft. Das gebe ich weg. Ich habe es zweimal benutzt und ich konnte mir danach jedes Mal wieder die Haare waschen, weil die Haare so fettig danach aussahen. Das ist aber einfach das beste Haarspray. Wir haben noch Roti Noir. Das hat meine Mutter mir gegeben, warum auch immer. Ja, ist das schön. Es ist schon krass, wenn ich jetzt so darüber rede. Wir haben uns kennengelernt. Da habe ich noch beim Onkel gewohnt. Da hat er die Wäsche für mich gewaschen. 17, 18. Dann so über die Jahre. Mittlerweile, ich trenne sogar die Wäsche-Freunde. Habe ich nie gemacht. Niemals. Aber es macht wirklich einen Unterschied. Also Freunde, wenn man alleine wohnt, ist es schwierig, weil ich kann nicht hier 14 Tage lang Pupchen unten im Keller sammeln, weil die schwarz sind, bis ich dann das nächste Mal die schwarze Waschmaschine wasche. Nein, super gut. Es hat auch so einen leichten Blautouch. Und ich habe wirklich den Eindruck gehabt, dass, ich weiß jetzt aber nicht, ob es hier dran liegt oder am Trim selber, dass die Wäsche nicht so schnell ausbleicht. Beziehungsweise dann, so ich hatte so ein paar 1,99 T-Shirts zum drunterziehen. Die waren dann irgendwann nach dem 10. Mal waschen, sehen die auch nicht mehr so fresh aus. Damit hat es gar nicht so schlecht funktioniert. Falls ihr die Möglichkeit aber habt, ich weiß nicht, wie die Technik heutzutage schon ist, und ihr schwarzes Waschmittel oder Waschmittel für schwarze Wäsche habt, guckt mal, dass ihr eine Verpackung findet, die nicht schwarz ist, weil die Maschinen das meistens nicht erkennen können und das dann auch nicht recycelt werden kann. Recycling mit Maxim. Wir haben Augenpads, Golden Glow, Augengelpads von Schäbens. Ist mir ehrlich gesagt zu teuer für das, was sie machen. Also die kosten, glaube ich, 2 Euro. Ich hatte das Gefühl, dass sie nicht viel machen. Ich würde Schäbensaugenpads mit den Juti-Augenpads gleichsetzen. Sind gut, geben hübsches Gefühl. Pflegewirkung, würde ich sagen, ist eine 4 von 10. Dann, wenn du wirklich einen Effekt sehen möchtest und du sagst, okay, lieber machst du nur einmal die Woche Augenpads, die gut sind, als viermal die Woche, die kacke sind, dann kauf dir die von Annemarie Berlind. In Gold mit Farina Opoku. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Sind die besten Augenpads neben denen von Hau Cosmetics. Das ist, würde ich nicht mehr kaufen. Ist mir dann zu teuer. Wir haben einen Dusch, nee, wir haben eine Körpercreme. Habe ich sehr, sehr schnell im Sommer leer gemacht. Das ist die Fresh Innocence. Fragrance Lotion Parfum pour le corps. Duftende Körperlotion. Pflege ist eine, 2 von 10 der Duften ist es einfach. Es erinnert mich sehr an die Brazilian Bump Cream. Es ist ein bisschen floral, es ist ein bisschen frisch. Es riecht einfach toll. Und was ich mittlerweile mache, wenn ich weggehe und ich gehe meistens dann vorher duschen, bevor ich das Haus verlasse. Ich dusche, ich creme mich ein und dann nehme ich einen Parfum, was ähnlich riecht wie mein Duschgel. Dann ist es alles. Ich möchte in den Raum kommen und jeder soll mich riechen. Nicht so, dass man keine Luft mehr bekommt, so wie vom Dank Chlorex in der Dusche, sondern ein frisches Gefühl. Und dafür war das sehr, sehr gut. Und wir haben noch zwei Produkte an Eyeliner. Einmal den Il-Makiage Eyeliner. Der hat eine recht dicke Filzspitze gehabt. Der ist einfach jetzt ausgetrocknet. Da kam jetzt nichts mehr raus. Deswegen habe ich ihn einmal mit aussortiert. Und von Benefit, Tatsache, Their Real Extreme Precision Liner. Ich habe den eigentlich immer für die Augenbrauen benutzt, weil ich ja nicht so oft Eyeliner trage. Hierfür geht es aber auch noch, weil die Haare, die man da hat, immer so ein bisschen wieder rausholen. Aber auf der Haut, das war auch recht schnell. Also das ist für mich kein Eyeliner. Das sind nur so halbherzige Striche gewesen. Deswegen ist der leider auch raus. Wir haben ein weiteres Duschgel, das Sunset Beach. Auch das würde ich gleichsetzen mit allen von Isana und Balea. Sehr gut duftet, halt sehr süßlich. Fand ich, glaube ich, sogar aber besser als das hier. Wir haben noch eine Creme von Dr. Jart. Uh, ja krass, das war die Ceramidin-Creme. Phänomenal. Ich weiß nicht, was da drin war, was mir so daran gefallen hat. Aber ich habe die aufgetragen. Die ist eingezogen. Und das war alles gut. Und die war auch sehr ergiebig. Ich gucke mal. Ich schaue mal, dass ich euch ein paar Favoriten unten in der Infobox verlinke. Und Dr. Jart ist ein bisschen teurer. Es gibt aber wirklich ab und zu das auch bei TK Maxx oder so. Also schaut da gerne mal vorbei. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vor allen Dingen, als es so von heiß, gestern waren es 40 Grad, heute sind 7 Grad. Diese Unterschiede, hatte ich das Gefühl, dass meine Haut das besser verkraftet mit dieser Creme, als ich auch kein Make-up getragen habe. Und zu guter Letzt. Oh nein, das sind die Falschen. Uh, das war knapp. Ich habe hier die Oil Drops von Skin. Eigentlich wollte ich aber die Hyaluron Drops wegmachen. Das ist das Problem, wenn alles gleich aussieht. Oil Drops, okay, benutze ich nicht jeden Tag. Das Hyaluron Säure Serum habe ich jetzt durch. Das hat auch überraschenderweise recht lange gehalten. Also zwei Monate, drei Monate bestimmt. Ich würde es mir so, 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 so gerne wieder nachkaufen. Weil ich, vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Es war eines der besten Hyaluron Säure Serum, die ich hatte. Der Preis hält mich, ehrlich gesagt, einfach davon ab. Ich habe im Moment wichtigere Sachen, als mir ein Hyaluron Mist Serum für, weiß ich nicht wie viele Euro zu kaufen, sehe ich nicht ein. Deswegen mache ich es auch im Moment nicht. Ich hoffe, dass es irgendwann mal zu Douglas kommt oder zu Sephora und man dann mit Prozenten sparen kann. Dann würde ich es mir wieder kaufen, aber definitiv nicht für den vollen Preis, weil das ist kein Produkt wert. 100 Euro für ein Hyaluron Säure Serum von Kim Kardashian schon gar nicht. Und dann, aber es war sehr, sehr gut, weil das, also um es kurz zu beschreiben, es ist sehr schnell eingezogen. Aber es hat nicht so ein Gefühl, so ein schmieriges Gefühl hinterlassen, sondern ein sehr, sehr pralles Gefühl. Und als es leer war, war ich überrascht, weil es mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich würde es wieder benutzen, nur nicht zum vollen Preis. Und das, Freunde, ist einmal mein Aufgebraucht-Video gewesen. Ich bin gespannt, wie euch dieses etwas längere, etwas ausführlichere Format gefallen hat. Schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Schreibt mir gerne, was ihr aufgebraucht habt. Ich verlinke euch ein paar meiner Favoriten wirklich mal unten in der Infobox, die man online auch kaufen kann. Dann danke ich euch, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald. Bis wieder. Passt auf euch auf.